Ich würde aber sagen, genug geredet. Ja, hallo und herzlich willkommen bei dem Tutorial, dein erster Docker-Container. Also in diesem kleinen Video möchte ich dir zeigen, wie du mit Docker anfängst. Und ja, stell dir mal vor, du bist jetzt quasi Softwareentwickler und du müsstest jetzt dich in eine neue Datenbank oder in eine neue Technologie einarbeiten. Sagen wir mal, du müsstest jetzt zum Beispiel die Software Redis installieren. Das ist so eine NoSQL-Datenbank. Und ja, ich sage mal so, wenn du jetzt noch nie mit Redis gearbeitet hast, dann bist du jetzt natürlich erst mal aufgeschmissen, weil du müsstest dich jetzt erst mal irgendwie informieren. Was ist denn eine Redis-Datenbank? Also hier müsstest du jetzt wahrscheinlich irgendwie mal googeln. Hier gucken, ah, okay, hier sieht man jetzt irgendwie, das ist eine Datenbank. Jetzt muss man die Dokumentation durchgucken und, und, und. Eine Menge Arbeit, die man sich hier machen müsste, wenn man ja quasi nichts in der Hand hat, um ja damit schnell zu starten. So, und in diesem Tutorial möchte ich dir zeigen, wie du quasi mit Docker jetzt hier so eine Datenbank ruckzuck installieren kannst, ohne dass du eben viel Wissen darüber haben musst. Ja, aber als allererstes solltest du auf jeden Fall schon mal als Voraussetzung dir mal Docker installiert haben. Ja, also schau einfach mal, dass du auf Docker gehst, Docker, also auf Docker.com und da lädst du dir mal dann die passende Software runter. Also am besten Docker Desktop, egal ob du jetzt unter Windows oder Mac bist. Und wenn du die dann installiert hast, dann solltest du auf die Kommandozeile wechseln können. Und wir probieren das jetzt einmal ganz kurz aus, ob du alles auch korrekt installiert hast, indem wir einmal, also wenn du die Installation durchgeführt hast, einmal kannst du dann ausführen Docker Run Hello Minus World. So, und wenn du das jetzt ausführst, dann zieht er sich ein sogenanntes Image und führt dann dieses Image aus. Also er stellt dann einen Container aus dem Image. Also wir können jetzt hier sehen, hier ist alles sauber installiert worden. Aber was ist es denn eigentlich? Was ist denn überhaupt Docker und was sind Images und was sind Container? Und was bedeutet das eigentlich alles? Und wie arbeitet man damit? Also wir gehen jetzt vielleicht erstmal, bevor ich dir die Begriffe erkläre, möchte ich dir ganz kurz einmal, ja, erklären, was ist denn eigentlich Docker? Also ohne Docker, ich habe ja gerade schon das Szenario gezeigt, ja, ohne Docker bist du relativ schnell aufgeschmissen, wenn du dich in neue Software einarbeiten musst. Ja, also du willst dir eine neue Software anschauen und dann musst du die jetzt erstmal irgendwie auf deinem Rechner installieren. Ja, das heißt, du hast deinen Rechner, mit dem du arbeitest, und musst jetzt da drauf, Dateien drauf kopieren. Du musst Berechtigungen vergeben. Du musst vielleicht User einrichten. Die Software muss dann laufen. Das heißt, du musst wieder Firewall-Einstellungen machen. Und ja, das heißt, du verschmutzt dir ja im Prinzip dein System, indem du Software kurz testest. Ist alles cool, wenn du die Software dann benutzen willst und die auf deinem Rechner bleibt. Ja, aber so als Softwareentwickler, dann testet man hin und wieder immer mehr Softwaretechnologien. Ja, und dann müllt man sich quasi seinen ganzen Rechner mit zu. Und außerdem, ja, installierst du dir so viel Kram auf deinem Rechner. Das heißt, die Version, die Software, die bei dir drauf ist, die ist ja quasi nicht mehr nachvollziehbar. Ja, also vielleicht hat Redis oder die Software, die du benutzen willst, irgendeine Abhängigkeit, die du bei dir auf dem Rechner schon vor Wochen installiert hast. Wenn du jetzt aber das auf einem neuen Rechner, auf einer frischen Installation durchführen wollen würdest, da hättest du jetzt das Problem, dass du gar nicht weißt, ja, was gab es denn vorher schon? Und dann hast du eine Fehlermeldung. Genau, das ist also quasi der Fall, wie du ohne Docker mit Software arbeitest. Wenn du Docker hast, dann kannst du quasi einen virtuellen Computer starten. Und in diesen virtuellen Computer kannst du dann quasi deine Software reinladen und die arbeitet dann für dich. Und das Schöne ist, du kannst diesen virtuellen Computer wieder wegschmeißen und ja, dein System bleibt letztendlich sauber. Und dafür, um das halt zu tun zu können, dafür musst du verstehen, wie Docker grundsätzlich erstmal funktioniert. Ja, und da schauen wir uns jetzt einfach mal den sogenannten Grundwortschatz an und wie Docker jetzt quasi eigentlich funktioniert. Also, als allererstes, ich habe ja gerade schon angesprochen, haben wir den Docker-Container. Ja, und was ist so ein Docker-Container? Ich habe es gerade schon angesprochen, das ist im Prinzip ein virtueller, laufender Computer. Also du hast wirklich, das ist ein Computer, der virtuell ist, also den gibt es logischerweise nicht wirklich, sondern der läuft halt irgendwo als Prozess auf deinem Rechner. Und der hat ein Betriebssystem, ein Linux-basiertes Betriebssystem. Darauf laufen Programme. Ja, und der hat eine Schnittstelle nach außen. Das heißt, du hast ein Netzwerk nach außen. Und du kannst im Prinzip alle Einstellungen durchführen, die ja eigentlich ein ganz normaler, virtuell laufender Computer hat. Ja, also du kannst dem sagen, wie viel Gigabyte RAM der haben soll. Ja, und das heißt, du hast dann diesen einen virtuell laufenden Computer. Ja, und damit kannst du dann arbeiten. Wie kommt man denn jetzt aber zu diesem virtuellen Computer? Also wie kann man denn jetzt so ein Ding überhaupt erstellen und dann hochfahren? Dafür brauchst du ein sogenanntes Docker-Image. Ja, also das ist im Prinzip ein Abbild eines fertigen Computers, der aber nicht läuft. Ja, also im Prinzip der ist im ausgeschalteten Zustand. Und du kannst dir das so vorstellen, dass ein Docker-Image immer einen Container erstellt. Ja, beziehungsweise ich muss es eigentlich korrekter sagen, ein Docker-Image kann nicht nur einen Container erstellen, sondern er kann gleich mehrere Container erstellen. Was einfach bedeutet, dass du quasi, ja, dieses Image ist quasi wie ein Betriebssystem, also eigentlich ein Computer auf einer CD. Und wenn du die CD einlegst, dann kannst du sagen, so, jetzt möchte ich bitte fünfmal diesen Rechner laufen haben, ja. Sagen wir mal, du hast jetzt zum Beispiel eine Redis-Datenbank und du hast so viele Daten, dass du die quasi auf fünf Datenbanken verteilen willst. Da brauchst du immer nur ein Image und aus dem einen Image kannst du mehrere Container, also mehrere laufende Computer bauen. Also das ist jetzt der Zusammenhang zwischen dem Docker-Image und dem Docker-Container. Du kannst dir merken, Docker-Image erstellt einen oder mehrere Docker-Container. Und wer erstellt jetzt eigentlich dieses Image? Ja, die Images, die lassen sich quasi per Datei erstellen und man kann, ja, quasi eine kleine Definition machen und sagen, ich habe eine, also im Prinzip ist es eine Installationsanweisung, die man da erstellt für ein Docker-Image und wir nennen das in Docker das Docker-File. Ja, und das ist im Prinzip einfach nur eine Anweisung, also wirklich eine Text, das ist eigentlich eine eigene kleine Sprache und da sind eigentlich nur Anweisungen drin, wie man so ein, ja, wie so ein Computer quasi eingerichtet wird, dass er laufen kann. Ja, also da drin wird dann festgelegt, welches Betriebssystem soll drin sein, welches, ähm, welche Benutzer sollen eingerichtet sein, ja, welche Berechtigungen soll der Benutzer haben, welche Zusatzsoftware möchtest du installieren und welche Konfigurationen dort gemacht werden. Und letztendlich, welcher Prozess, also was ist das, was ist der Hauptprozess, der auf diesem Rechner dann läuft? Ja, also die Eigenschaft von Docker-Containern ist eigentlich, dass man immer nur einen Prozess pro Container laufen lässt. Ja, also immer zum Beispiel eine Datenbank, eine Web-Anwendung und was auch immer man dann noch so alles an Containern sich erstellen möchte, ja. Was du dir aber hier merken kannst, ist, dass du in dem Docker-File beschreibst, wie man so ein Docker-Image erstellt, ja, also du erstellst quasi mit dem Docker-File ein Image und dieses Image kannst du, dieses Image kann dann eben dementsprechend die Container erstellen. Warum braucht man jetzt das Docker-File eigentlich? Warum ist das jetzt ein Unterschied? Also, ähm, das Docker-File ist im Prinzip die leichtgewichtige Variante dieses Docker-Images, weil es nur aus Text besteht. Äh, wenn man sich das Ganze dann quasi, äh, ja, wenn man dieses Docker-Image dann erstellen will, dann hat das ein paar Megabyte oder Gigabyte. Und das will man ja nicht immer durch das ganze Internet schicken, sondern man lädt sich erst mal nur dieses Docker-File herunter oder erstellt eins und kann dann halt damit quasi so ein Image erstellen und aus dem Image kann man dann relativ zügig diese kleinen virtuellen Computer, a.k.a. Container, erstellen. Ich würde aber sagen, genug geredet. Wir schauen uns das Ganze einfach direkt auf der Kommandozeile an. Ich habe hier meine Kommandozeile. Wir hatten ja vorhin schon tatsächlich, äh, einmal Docker ausgeführt. Also, wenn du Docker installiert hast, dann ist schon alles super. Ähm, ja, und das, was wir jetzt hier machen könnten, ist zum Beispiel einmal ein Docker-PS, um zu schauen, ob hier schon irgendwas läuft. Ja, also PS, das damit schaut man nach, welche Container gerade hier schon laufen. Also, welche Computer sind hier schon gerade lauffähig. Und hier sieht man, hier läuft noch gar nichts. Also, hier sind noch keine Container lauffähig. Was wir jetzt mal machen wollen, wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen diese Redis-Datenbank einmal installieren. Ähm, wir machen das jetzt einfach mal. Also, wir starten jetzt und sagen mal, äh, Docker-Search. Also, mit dem Docker-Befehl kannst du immer diese Dinge ausführen. Und da gibt es einen Search-Befehl. Und da kannst du jetzt einfach mal suchen nach Redis. So, und jetzt sieht man hier eine ganze Menge an, äh, Docker-Images, die du dir herunterladen kannst und damit dann als Computer starten kannst. Ähm, hier sehen wir auch zum Beispiel eine kleine Bewertung, wie viele Sterne haben diese einzelnen Images. Und man sieht auch, ob das ein offizielles Image ist oder ein automatisiert erstelltes. Ja, also, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt natürlich das offizielle Image. Und, ja, das kannst du im Prinzip benutzen, indem du sagst, ähm, Docker-Run-D Redis. So, was jetzt Docker macht, ich führe es noch nicht aus. Was Docker jetzt macht, ist, er sucht nach einem Image, das Redis heißt. So, wenn es, wenn du dieses Image nicht lokal bei dir auf dem Computer hast, dann lädt er es automatisch aus dem Internet herunter. Ja, das ist das Docker-Hub. Ähm, das ist die Docker-Registry. Man setzt jetzt auch das Docker-Hub. Und dort sind quasi alle offiziellen und inoffiziellen Docker-Images gespeichert. Das heißt, du kannst einfach ins Internet gehen und dir dort quasi so ein Image ziehen. Es gibt da eine ganze Webseite, also du kannst da auch gerne noch mehr suchen mit. Und ich kann jetzt mal einfach mal ausführen, Docker-Run-D Redis. Und dann sehen wir jetzt auch schon, er sagt uns jetzt, okay, er findet das Image nicht lokal, aber er wird es jetzt einfach aus dem Docker-Hub herunterladen. Und das dauert jetzt ein bisschen. Und damit hätten wir jetzt quasi einmal unser Image heruntergeladen, also das Docker-Image hier. Ich zeige es nochmal. Also wir haben jetzt einmal das Docker-Image heruntergeladen. Ja, irgendjemand anderes hat für uns schon das Docker-File erstellt, glücklicherweise. Wir mussten uns jetzt darum nicht mehr kümmern. Wir haben jetzt das Docker-Image heruntergeladen, über das Internet direkt. Und mit dem Run-Befehl haben wir auch direkt gesagt, erstellen wir daraus direkt einen Computer. Ich möchte direkt den Prozess hier laufen haben. Und das können wir jetzt auch wieder überprüfen, indem wir mal sagen, Docker-PS. Hoppla, Docker-PS. Und jetzt sehen wir hier, dass wir einmal hier eine Container-ID bekommen haben. Ja, also jeder Container, alle Images, die bekommen immer so kryptische Nummern. Und ja, das ist das Image Redis. Und da läuft auf jeden Fall schon irgendwie ein Kommando. Und wir sehen auch, dass der hier vor 41 Sekunden erstellt wurde. Und jetzt auch seit 40 Sekunden oben ist. Also der läuft. Ja, also dieser Computer läuft seit 40 Sekunden. Ich kann das auch nochmal aktualisieren. Dann sehen wir, okay, jetzt läuft er ungefähr eine Minute. Und ja, was können wir jetzt damit machen? Im Prinzip müsstest du jetzt mit deinem Redis-Client oder mit der Software, die sich an diese Datenbank dranhängt, quasi verbinden. Allerdings können wir hier noch keine Verbindung aufbauen, denn ja, der Container, der ist jetzt in sich geschlossen. Wir haben noch nichts aufgemacht nach außen. Und das können wir machen mit einem sogenannten Port-Forwarding. Und dafür habe ich nochmal einen anderen Befehl. Und zwar können wir nämlich sagen, Docker-Run, so wie auch vorhin, mit minus D. Und diesmal geben wir dem Docker-Container, also unserem neuen Computer, geben wir ihm gleich mal einen Namen mit. Ja, und wir nennen den zum Beispiel Redis-Port. Ja, das ist da quasi, dass wir einen Port aufmachen. Dann schreiben wir dazu ein minus P für Port. Und da können wir dann den Port dazu schreiben. Und wenn wir den, also das einmal quasi der Port auf deinem Rechner und dann der Port, der in einem Container ist. Ja, und du forwardest dann diese Ports und kannst dann von deinem lokalen Computer auf diesen Port zugreifen. Okay. Ja, und dann müssen wir natürlich noch das Image angeben. Wir hatten das Image ja vorhin schon einmal heruntergeladen mit dem letzten Befehl. Ja, und wenn ich das jetzt ausführe, dann wird, man sieht jetzt auch hier schon, dass jetzt hier nichts mehr heruntergeladen wurde. Also hier haben wir am Anfang noch das Image heruntergeladen. Dadurch, dass wir das Image jetzt schon einmal geladen haben, brauchen wir da jetzt nichts mehr herunterladen. Und dementsprechend wird hier einfach nur eine Meldung gezeigt. Das ist die ID des neuen Containers. Die komplette ID. Ja, und ich würde sagen, wir schauen noch mal. Docker PS. Und dann sehen wir hier, ah, okay, hier haben wir unseren Namen. Redis Port, so hatten wir den genannt. Und wir sehen auch hier, dass der Port geforwardet wird. Und zwar auf unseren Port 6379. Also wenn du per Local Host jetzt an diesen Port drangehst mit deinem Redis Client oder mit deiner Web-Anwendung, dann kannst du diese Redis Datenbank direkt benutzen. Das heißt, du musst nur noch wissen, wie du quasi mit der Datenbank sprichst. Also wahrscheinlich über REST oder sowas in die Richtung. Und dann funktioniert das schon. Okay, jetzt reden wir hier von einer Datenbank. Eine Datenbank, beziehungsweise bei Docker Containern ist es so, wenn du die jetzt runterfährst, also du kannst jetzt mit Docker Stopp, kannst du diesen Redis Port beispielsweise einfach zumachen. Ja, wenn ich mit Docker PS jetzt nochmal draufgehe, dann sehen wir, der ist jetzt weg. Also ich habe den Computer jetzt heruntergefahren. Ja, und wir haben jetzt ein Problem. Wenn diese Container weg sind, weggefallen sind, dann wird quasi alles gelöscht, was auf diesen Computern drauf war. Ja, also die haben jetzt an sich keine Möglichkeit zu speichern. Um etwas zu speichern, dafür musst du ein sogenanntes Volume benutzen. Und dafür gibt es auch wieder einen Befehl. Und den zeige ich dir jetzt nochmal ganz kurz. So, also wir können auch wieder hier mit Docker Run minus D starten. Und was wir hier machen müssen, dieses Volume, das ist quasi ein Mount. Also wir mounten ein Verzeichnis von unserem eigenen Rechner in den Container hinein. Ja, also wir sagen dann hier auf dem Verzeichnis, das bitte mounten in ein Verzeichnis im Container. Ja, und so. Wir geben jetzt erstmal dem Ding wieder einen Namen, Redis Mount diesmal. Und dann mit einem Minus V, das steht dann für Volume. Und dann können wir sagen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie ein Verzeichnis, was es jetzt irgendwie gibt auf meinem Rechner. Ja. So, Docker Data Redis beispielsweise. Und dann mit einem Doppelpunkt können wir dann den Zielordner angeben. Ja, das können wir zum Beispiel einfach sagen, Slash Data. Ja, und als letztes auch wieder unser Image, das Image, was wir starten möchten. Und ja, wenn ich das jetzt starte, bekommen wir wieder eine Container ID mit Docker PS. Können wir jetzt hier jetzt eigentlich nicht viel sehen, außer dass wir ja auf diesem Data, dass dort jetzt ein Data Verzeichnis angelegt wurde. Wir können auch mal ganz kurz gucken, ob das jetzt stimmt. Also wir können einfach mal uns diesen laufenden Computer anschauen, indem wir eine Shell aufmachen. Ja, das geht nämlich auch. Also ich kann jetzt mal sagen, ein Docker Exec minus interaktiv. also Docker Exec minus IT und dann quasi, ja, Redis Mount, nennen wir den, so hieß der Container. Und dann gehen wir den Befehl, an den wir ausführen wollen. Und dann sagen wir bin Bash. So, und jetzt bin ich auf der Maschine drauf. Ja, das ist total cool. Wir haben jetzt also wirklich hier eine laufende Maschine. Ich kann hier sagen PW. So, und wir sehen ja auch, wir sind auch im Data Verzeichnis. Also ich kann hier zum Beispiel hochgehen. PWD. Dann bin ich jetzt einfach im Home. Wenn ich da jetzt draufgehe, dann sehen wir nämlich, ich bin hier plötzlich, ich bin hier auf einer Linux Maschine. Also ich kann hier ganz normal arbeiten und habe dann eben auch mein Data Verzeichnis reingemountet. Also dieses Data Verzeichnis ist da. Ja, wir können mit Exit wieder rausgehen aus dem Container und sind dann wieder draußen. Das heißt, auch für Analysen ist das ganz, ganz, ganz hilfreich, weil man immer wieder mit Exec auch, ja, quasi Dinge ausprobieren kann im Container. Ja, und damit wären wir auch schon mit diesem kleinen Tutorial durch. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und schau dir einfach mal Docker an. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Technologie und sehr wichtig in der heutigen Zeit der Softwareentwicklung. Bis bald auf Lerneprogrammieren.de Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau dir unsere Tutorials zu Docker in unserem Blog an. Und wenn du direkt mit Docker starten möchtest, dann teste das Lerneprogrammieren CodeLabor 30 Tage lange risikofrei. Mit über 10 Kursen zu den beliebtesten Programmiersprachen und es kommen jede Woche weitere dazu, findest du auch unseren Docker Schnellstartkurs. Damit kannst du mit Docker loslegen und das alles ohne lästige Installationen. Klicke dafür unten in den Link in der Videobeschreibung. Klicke dafür unten in den Link und das alles ohne lästige Installationen. Klicke dafür unten in den aspects oder in der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020